hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von faktorio hier aus tgm studio mein name ist master schröder und ja sie sehen hier gerade den moment ich war gerade kurz mal an dem ganz großen wo oben dran und habe versucht mal zu gucken über das spucken kann und da ist der fleck gewesen so weit kann er also wenn ich hier hingehe dann müsst ihr jetzt sind gleich wieder genau und dann liegt er los und dann rotsam hier ein von sack hat ist natürlich nicht schön das ist ganz schön weit und da muss man ganz schön tricksen und ich glaube nicht dass wir den einfach so weg kriegen ohne dass wir uns jetzt noch denn vielleicht sein oder anderen nickelchen mal schnell nebenbei herstellen also hier haben wir schon ein bisschen was da kümmern sich was unternehmen hier für die produktion an militärfläschchen aber ich glaube wir müssen dann doch noch mal nickel von hand machen auf die schnelle das sollte aber nicht das größte problem unseres daseins werden so gut ich habe das nämlich schon hingekriegt und wenn ich jetzt das richtige anstelle oder richtig anstellt dann bekomme ich auch durchaus so ein paar andere sachen drin habe ich denn eigentlich die produktion militärflächen jetzt mal kreuzen hier so die habe ich hier unten gehabt und dann bringe ich da unten jetzt auch erst mal noch sozusagen dieses bronzemetall hin so ein bisschen zumindest zwei nehme ich mir in die tasche hier das müsste ich auch noch mal irgendwie verbessert irgendwie irgendwo hinkriegen hier könnte ich noch mal das rein tun so damit er noch ein bisschen was tut aber generell haben wir hier natürlich an vielen stellen dinge die uns fehlen und dinge die wir machen müssen gut okay aber das soll uns ja nicht davon abhalten mal hier noch mal ganz kurz die flaschen alle mitzunehmen das sollten ja auch jeweils 800 sein noch mal können wir schon mal hier unten reinfeuern sind sie schon mal da und unsere produktionsanlage arbeitet mal wieder und man verbraucht bisschen strom oder wie auch immer was man alles verbrauchen kann dort und auch rohstoffe dass die rohstoffproduktion mal ein bisschen wieder was macht so dann habe ich ja was habe ich denn dann dann habe ich was das hier ein auto ist das ja das ist auch nicht schlecht das können uns auch demnächst mal irgendwann zu liegen hatte irgendwas hatte ich im kopf was ich machen wollte und das ist jetzt weg gut naja ach so nickel wollte ich machen genau was brauche ich jetzt noch mal denn um mit zur herstellung ach so warte mal nie ich würde gerne eigentlich würde ich gerne das machen immer play zur herstellung so brauche molden immer da brauche ich nickel inge zu da brauche ich nickel ohr zu so das kann ich erst mal durch blau und rot verwaschen machen und dann kann ich ein bisschen nickel machen und den grünen katalysator und da kriege ich viermal nickel ohr raus und ich glaube das ist gar nicht mal so schlecht wenn ich dann das nickel ohr und das muss ich einfach nur mit carbon monoxide das habe ich noch nicht okay das ist die verarbeitung okay also carbon monoxide habe ich ja wirklich das so gemacht muss ich ja das würde ich da ja nicht hinkommen das wollte ich dann machen aber warte mal ich hatte doch auch die möglichkeit irgendwo nickel gold und alles rauszukriegen oder nicht wenn ich mich da nicht täusche genau hier ist ein lied nickel aluminium und gold ohr das ist ja nicht das was ich jetzt das erste brauche ich glaube das werde ich erstmal ganz kurz machen dass ich werde mir jetzt hier so eine waschanlage hinstellen eine floating cell habe ich noch eine floating cell ne habe ich darum noch eine floating cell in der kiste ja müssen noch drei flottings setzen okay dann nehme ich da so eine floating cell raus und wer dort mir dann schnell das rote material einmal durch waschen das rote material ist ja kein problem das können wir ja auch so nehmen und habe ich hier nicht noch sogar gewaschenes rotes material fliegen wir mal ganz kurz ne habe ich nicht aber ich kann das hier ja weiter nutzen sobald ohr ok na gut aber wir haben ja crash wo weit haben wir ja schon ein bisschen was und zur not kann ich da oben ja auch weiter crash wobei rausholen dann werde ich das erst mal sozusagen verarbeiten so ein bisschen auf die schnelle da unten quer mit einer floating cell schnell also das soll jetzt nicht nur im dauerzustand werden aber soll zumindest dafür sorgen dass ich da an manchen stellen ein bisschen ich nehme hier mal ein bisschen wobei schon mal raus aus dem system einfach nur weil es kann so und dann lasse ich das hier schon mal ein bisschen arbeiten und theoretisch könnte ich doch die waschanlage aber warte mal ich brauche es brauche ich denn dafür jetzt mal ganz kurz hier hin wenn ich das machen will brauche ich purified water und ich kriege nitrig waste water und cyan gionen ja das mit den gionen ist natürlich ein problem aber dann geht frisch war das noch runter muss ich das noch absondern ok nitrig waste water ich glaube ich werde das einfach hier unten drunter jetzt schnell mal hinstellen ich will nur ein bisschen nickel haben und ein bisschen von dem anderen material und ein bisschen gold und ähnliches dazu kriegen und dann muss ich mal gucken wie ich heraus bekomme ich brauche so ein rüttler noch noch hätte ich natürlich auch gleich mitnehmen können naja gut kann ich einen bauen auch nicht was fehlt mir da eisen na gut eisen sollte jetzt das problem sein so es ist auf der seite von der schiene in meiner eisenkiste nitrig waste water kann man das irgendwie später gebrauchen keine ahnung ich weiß es nicht aber wir werden rausfinden gehe ich ganz fest von aus so dann machen wir uns jetzt hier so ein rubbel die rüttler da wollen wir ein bisschen davon auch kein problem ich also es gibt mir wirklich darum so ein bisschen gold und so weiter und nickel halt herzustellen damit ich ein bisschen nickel habe für eine inner produktion dass ich hier sozusagen ein paar mehr militärfläche machen kann wir werden schöne 1000 nickel wenn wir natürlich lieb aber naja man kann ja alles haben so dann bräuchte sie hier habe ich nämlich auch das wasser das kann ich ja einfach mal abnehmen oder hier abnehmen oder da kann ich es auch aufnehmen her kommen dann muss ich welchen so also dann kommst du jetzt hierhin zack so du christian hier in den wasseranschluss und hier habe ich noch so einen da so einen anschluss ist es weg und braucht keine sau das material so ein wollte ich herstellen hier genau und dann wollte ich hier machen das dann kommt da kiste dran ist dran die wohin und dann kommt das hier oben hoch in kiste und aus kiste dann in den rüttler der jetzt noch nicht da ist wird das rein gerüttelt was man braucht und ich weiß gar nicht brauche ich da einen katalogisator noch zu nee brauche ich nicht und von daraus geht es dann auch in eine kiste rein so strom dran so ist hier schon mal einmal alles verelektrifiziert sozusagen und dann kann ich hier auch schon mal das zeug rein legen dann kann er schon ein bisschen was durch waschen und ich hole das oben aus der kiste auch noch raus das rote zeug das kann ich da unten auch rein werfen und theoretisch könnte ich noch einen rüttler daneben stellen erst mal dass der rüttler dann den rest hier noch ausnimmt und das damit verarbeitet und dann müssen wir bloß das blei halt irgendwo doch loswerden und irgendwo hinkriegen wo es hingehört naja so habe ich noch so einen zertrümmerteil hier drinnen so einen habe ich auch nicht mehr dann mache ich mal davon einen so und dann haben wir hier den hier ja der soll ruhig da rein und der soll das machen und soll mir das hier in einer kiste bereitstellen was dabei rauskommt das dürfte jede menge sein jede menge verschiedene metalle und da kriegen wir also gold aluminium nickel leech und natürlich auch noch slack ich weiß gar nicht ob es eine andere sinnvollere sache kriege wo ich mein nickel kriege aber ich glaube nicht ne da kriege ich silber mit raus titan zink hier kriege ich noch ein nickel oh aber da habe ich eisensilikon da haben wir hier irgendwo schon nickel da haben wir nur nickel und lead ne dann ist das schon besser weil dann kriegt man nämlich gold und aluminium noch dazu das können wir ja dann auch noch schon verarbeiten das ist ja nicht verkehrt so gut dann wollte ich jetzt hier noch so ein trümmerteil bauen und zwar trümmerer wo ist er wasser den kann ich jetzt da nicht mehr so anstellen wie ich mich anstellen möchte aber das ist auch nicht wieder schlimm wenn wir hier hin der macht dann einmal kriegt er von da beladen und da dann legt er rein du crushed mir das und du legst dahin ab und nimmst von da dann sollte er eigentlich achso das robot muss ich da natürlich rein tun die robert mummel die muss ich hier rein tun so und dann müsste er eigentlich darüber legen und achso dann haben wir hier noch den achso dann haben wir noch den sand ah ok moment äh muss ich auch nochmal eine zwischenkiste machen so zwischenkiste nimm von da und pack das mal da hin ist alles nicht ne also sein ich mich nicht wieder dafür oder sowas äh ist jetzt wirklich nur auch die schnelle hier zusammen geschustert damit ich ein bisschen nickel raus bekomme ein bisschen gold also wenn ich jetzt hier tausend von allem habe dann fände ich das schon ganz cool das kann ich nur irgendwo ein sortieren und das blei das werden wir oben jetzt einfach schon mal mit dazwischen schmeißen ich denke das sollten wir auch so hinkriegen kann ich das blei von hier auch gleich mitnehmen das ist auch in der produktion drin und dann ist das schon mal sozusagen wieder einsortiert und ja also hier geht es jetzt auch ein bisschen was los die gibt es wird überall ein bisschen was gebraucht das ist schon mal ganz gut gefällt mir ungemein dann kann ich das bleierd rein schmeißen und dann wird das hier ein bisschen verpulsorisiert und gut ist so okay dann haben wir das dann haben wir jetzt sozusagen erstmal eine vorsichtsmaßnahme an dem material ich werde hier nochmal eine kiste hinstellen und sagen nehmen wir mal ein bisschen was ab von dem material und zwar bis die kiste mit einem stack voll ist oder einmal tausend dann nehme ich die denn dann nehme ich das mal einmal mit nach unten oder was das gut so dann gucken wir jetzt mal was wir hier an sand haben denn ich möchte gerne ein bisschen sand loswerden ins meer reinschmeißen und so ihr wisst ja wir müssen größer werden müssen expandieren und wir müssen und wir töten und bei den sommer töten da haben wir natürlich jetzt unsere schwierigkeiten so das versuche ich jetzt durch mehr in war zu lösen indem ich mir immer habe für fläschchen da unten und natürlich dass ich auch in die richtung gehen kann dass ich ein paar andere fläche noch herstellen also auch die runden flächen der stelle mit gold und ähnlichen da müssen wir vorher noch eine nafta produktion machen aber ich glaube das könnte ich unten sogar herstellen nach da umwege kohlenmonoxid müssen wir dann auch mal gucken aber das kriegen wir auch noch hin hergestellt glaube ich und ja alles solche sachen so jetzt gehe ich da hinten noch mal zu der sandgrube und holen wir ein bisschen sand und dann werden wir mal gucken dass wir hier noch ein bisschen was vergrößert kriegen und ich glaube aus hier aus diesem ganzen material kann ich auch eine spure nafta irgendwo herstellen lassen es müsste glaube ich gehen ich bin mir nicht 100 pro sicher aber ich meine das schon mal irgendwo gesehen zu haben und wenn ich sogar schon ein wenig zu viel für meine verhältnisse aber gut wird zu machen jetzt kann ich aber dass er so hier drin ist nicht und müssen auch wieder aufräumen so hier oben kriegen wir sand 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 und das sind so jetzt sind wir einmal voll mit sand 13.000 das ist okay so gut damit vergrößern wir uns schon mal ein bisschen zumindest das meine idee nur wohin also das läuft ja jetzt hier erstmal noch dieses provisoren werden wir wahrscheinlich im leben nicht los werden hier geht auch schon mal ein bisschen was da haben wir zumindest schon mal wird sich ein nickel erz haben wir schon mal raus ist doch schon mal gar nicht schlecht ja wird sich natürlich denn das zieht sich nur wenn ich von jedem tausend ungefähr haben da geht einiges bei rüber aber wir könnten theoretisch hier unten uns noch jede menge bauplatz heranschaffen vielleicht für chemische produktion nafta solche sachen dass ich an sowas dran komme wir gucken mal wo ich überall nafta herstelle hier ist ja hier eine flüssigkeit nafta 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 das brauche ich nämlich dann für die fläschchen so euch für diesen komischen diese komischen fuel dingsbums kapseln herstellung so und zwar kann ich aus rohöl kann ich das herstellen okay ich könnte es aus fass holen das bringt mir jetzt nicht so viel denn rohöl und hydrogen gas okay synthetisches gas und carbon monoxide oder aus visual gas und rohöl oder aus schwer öl so schwer habe ich nicht das weiß ich schon mal hier schwer ach so dass es sowieso so ein form und stingsbums nafta so dass wir erst mal interessant so da müssen wir ein rohöl für haben hier ein fass das haben wir noch nicht erforscht also geht es nur aus rohöl um rohöl herzustellen brauche ich multiphasen öl da kriege ich rohr gas raus ein bisschen rohöl multiphasenohl kann ich hier aus blue cellulose fiber holen aus einer rohöl quelle die werden wir so einfach nicht finden oder aus fass also brauche ich blutzellulose faser und dazu brauche ich dann halt eben so full waste water was dabei auch entsteht wieder und da steht entsteht doch carbon dioxide bei und wir brauchen dampf dafür das ganze muss dann in einer höhere vertreten passieren so dann gibt es blaue algen gibt es in dem maße dass ich hier einfach im bioprozessor anschmeißen der einzige blutzellulose fangen blaue alge hier ist blaue alge genau ach so ja das war jetzt hier die zerkleinerung was ich denn in der fabrik machen muss und dann muss die blauen algen herrschen das war jetzt ein bisschen zu schneller und meine blauen algen bist blaue algen da brauche ich carbon dioxide und sulfuric waste water in einer blue algen processing farm so und ich denke mal das ist eigentlich doch ganz prädestiniert dafür dass wir das hier unten drunter setzen weil wir hier ja eh schon so algenfarben haben und alles und gelöt das passt dann thematisch erstmal hier unten hin ich weiß nicht ob es dann platztechnisch dann unten dauerhaft irgendwie platz hat aber das würde ich jetzt sagen richten wir mal ein wir gucken was haben wir hier für würmchen hier haben wir alles kleine würmer die kriegen wir alle leicht bekämpft hier haben wir auch noch kleine würmer also wir könnten das mit platz uns nach hier unten durchaus ausrichten ich würde sagen wir gehen hier hin ziehen dann nach da dran und ziehen hier rüber und dann machen wir hier die platt und dann gehen wir bis zu dieser ecke machen die noch platt und dann werden wir hier so diese ecke jetzt erstmal dazu holen da wird unser sand jetzt nicht ausreichend für aber besser als ein stein am schädel würde mein österreichischer freund jetzt wieder sagen und ja deswegen mal ab dafür hier einfach mal ein stückchen runter gegangen paar tausend sand hier in den see geworfen so ich denke das reicht schon von der höhe her also da können wir jetzt hier ein bisschen platz gewinnen denn zu free waste water ist ja jetzt nur etwas was wir oder durchaus vorrätig haben und was wir auch in solcher menge vorrätig haben dass man sagen könnte das können wir dann auch erstmal an das werde ich benutzen das heißt dass wir denn die schwefelherstellung quasi auf 80 prozent setzen dass die bis 80 prozent von dem zu free waste water zur verfügung haben und wir den resten quasi eredeln so hier müssen wir mal ein bisschen äh klippenback machen so geht ja fix nicht kennen wir ja schon haben wir ja auch schon an anderen orten erfolgreich hinbekommen muss ich ja ehrlich mal sagen so dann gehen wir hier wieder hoch und dann gucken wir uns das mal alles ganz gemütlich an hier wie unser kleiner charakter hier jetzt sand in den dreck schmeißt äh sand ins meer schmeißt und wir stück für stück jetzt hier land dazu kriegen und dann würde ich sagen ist das eigentlich thematisch gar nicht immer so schlecht aufgehoben hier unten ich weiß gar nicht warum die pips dort anstehen wie blöde naja wir müssen mal gucken vielleicht ist jetzt hier auch zu die zeit gekommen wo dieses glycerin fast hier voll ist oder sowas alles möglich wir müssen regelmäßig solche kontrollgänge und tage einführen glaube ich wo ich meine eigene produktion mal durch kontrolliere um zu gucken ob das überhaupt noch so funktioniert wie es soll ähm nicht dass wir da wieder ganz ohne strom da stehen auch wenn das natürlich gern gesehen wird so jetzt ist unser 13.000 sand vorrat schon aufgebraucht wie man sieht das hat jetzt nicht sehr weit gereicht aber war schon mal was so jetzt gucken wir mal hier was ist hier los aha die kiste ist voll aha die kiste ist noch nicht voll hier ist die kiste auch schon fast voll und hier ist die kiste auch naja ok 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 so dann gucken wir mal ist hier budgetary oil also das ist hier das endprodukt hier kommt raus raw budgetary oil ist ja gar nicht so viel da und trotzdem stehen die hier Schlange dass die hier nicht sauber abtransportieren können und dann muss ich dann mal hier oben habe ich noch einen guten Tyler jetzt habe ich einen guten Förder wenn wir hier mit dran legen damit wir hier ein bisschen lockerer der Transport geht ja ich nehme hier noch einen Teiler dazwischen und dann sollte sich das jetzt hier aber rubbel die Kerze am Borsigplatz leer saugen und dann so langsamer sicher dass hier dann auffüllen dass das für damit immer voll ist so und dann könnten die dinge jetzt hier auch leer laufen ah nimmt an und hier entsteht dann mehr von dem Material das ist ja auch gut so dann gucken wir mal wie sieht hier mit dem Gas aus 135.000 von 200 also da ist noch ein bisschen Platz und hier hinten haben wir schon jede Menge von dem anderen Material okay da ist aber auch noch ein bisschen Platz so jetzt haben wir sogar so viel Material angeschafft dass sogar die hier hinten jetzt anfangen ähm Brennstoff zu produzieren sehr schön so dann gehen wir hier nochmal dazwischen gucken wir nochmal wie viel Sand wir hier nochmal kriegen können nochmal 3000 nochmal 100 und ja hier unten war dann nicht allzu viel mehr los das ist klar aber gut bitte machen so ist das Leben kurz und beschissen wie eine Hühnerleiter ja so sorry gut dann werden wir jetzt noch mal hier ein bisschen Sand uns äh entledigen und dann ist die Folge auch schon am Ende wenn ich den Sand jetzt hier drin habe in der großen Sandkiste das größte Katzenklo der Welt ne also Katzen würden sich in der Sahara wohlfühlen obwohl sie sind ja auch afrikanische Tiere eigentlich ne also sind hier die sind hier die fühlen sich da ja wirklich wohl also die macht ja auch Hitze nicht ganz so oder macht Katzenhitze so viel zu schaffen wie uns? weiß ich nicht also wir Menschen sind da ja doch recht anfällig was das angeht was Hitze angeht so ne ist der Sand schon wieder alle okay also müssen wir dann noch ein bisschen Sand produzieren aber also dann müssen wir hier unten quasi das Nafta produzieren was wir dann hier dann irgendwo in die Produktion kriegen denn dann da gucken wir jetzt nochmal ganz schnell nach ne wir brauchen ja für die Herstellung hier Nafta und Fuel Oil Fuel Oil haben wir schon aber Nafta noch nicht hier brauchen wir ein bisschen Stahlfuel und Methangas achso die kann ich auf zwei Weisen herstellen hier schon Methangas wo krieg ich denn Methangas her? vielleicht bräuchte ich das gar nicht so Chemical Laser Flash Fuel kann ich einmal so herstellen einmal so herstellen hmm dann gucken wir mal wie wir Methangas herstellen vielleicht haben wir da ja schon eine Möglichkeit so Glas muss man noch herstellen das heißt wir müssen auch noch an Silikon kommen okay da brauchen wir noch jede Menge für und dann brauchen wir hier noch ein bisschen Aluminium für Elektroschaltkreis und Glas auch nochmal okay also da geht einiges und wir müssen natürlich die roten Schaltkreise noch machen da muss ich auch nochmal gucken ähm bei dem ne ne hm da bei den Teilen hier da brauchen wir auch das Circuit Board da brauche ich Transistoren okay okay und hier brauchte ich Zinnplatte Kupferplatte und dieses Phenomen Board da brauche ich oh also wir haben noch einiges zu tun bis wir da hinkommen wo wir hinwollen ich glaube der Platz hier unten reicht uns dafür gar nicht aus aber wir können das ja hier noch alles dazu kaufen denn bis hier hin denke ich mal sind wir alles ist alles bekämpfbar okay das sehen wir jetzt gerade nicht ich muss noch ein paar Funkanlagen machen und dann haben wir ja hm okay gut also ich guck mal da ganz kurz nach wenn ich keinen Lafter machen müsste sondern Methangas ähm ne Methangas wie kann ich das denn herstellen das kann ich aus Gas Neutral Gas Liquids herstellen das kann ich aus Bottled Methangas okay das bringt mich jetzt nicht weiter ähm das haben wir noch nicht das haben wir noch nicht gut also nur aus diesem Natural Liquid Gas und das kann ich herstellen aus War Gas und das kriege ich denn hier aber auch wieder da raus okay also da kann ich ja okay da kommen wir dann auch wieder da an dass wir das Multiphasenöl brauchen ähm und das kriegen wir ja okay dann kommen wir an der gleichen Stelle an okay dann können wir das auch so rum machen das Methangas vielleicht für andere Sachen nutzen aber da kann noch Festbrennstoff oder so gut okay also was haben wir heute gemacht wir haben es heute geschafft dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Land dazu gewonnen haben wir haben jede Menge Sand ins Getriebe geschmissen wir haben ein bisschen hier angefangen uns was aufzubauen und zu gucken dass das hier einigermaßen runst und läuft ähm ja hier ist natürlich dann da liegt schon auch nicht was im Vorrat äh wieso geht das nicht achso das ist dann auch schon ins Waschen geht das hier noch mit rein okay hier haben wir schon naja ein bisschen was davon und hier kommt immer wieder was raus äh wir haben schon 121 Goldohr immerhin 121 Nickel oder 122 Nickel auch schon ähm gut das müssen wir natürlich einsortieren das können wir auch einsortieren und dann äh das sieht doch schon mal ganz gut aus also da haben wir doch schon mal ein bisschen was gewonnen ein Material das kann jetzt so da also wie gesagt wir haben noch so viel anderes Zeug zu bauen und das kann eine ganze Weile da vor sich hin dümpeln hätte ich fast gesagt und da so langsam aber sicher was herstellen und ja das zu viel Grace Water was wir dann abrunden das wird natürlich auch noch interessant werden da müssen wir dann auch noch mal ein bisschen was dazwischen halten so wo wollte ich jetzt hin ich wollte jetzt hier unten hin ich wollte den Sand den äh Dings die Steine wollte ich hier mit einsortieren hier ähm das ist mal kaputt so und dann sortieren wir den Blei noch ein ah ein bisschen Silikonohr habe ich sogar schon also ich habe das ja schon mal irgendwo schon mal so hinpennen lassen irgendwas auch Silikonohr rauskriege damit ok na gut so hier haben wir auch schon ordentlich von diesem Flurig Waste Water also müssen wir vielleicht keine Ahnung kann ich da mal gucken wo ich das verwenden kann ähm so 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 wie es ist wirklich Das wird für Verwendung kann ich ins fast machen können ich Fluorid ohr draus machen mineralisiertes Wasser und Purified Water ok das geht ja schon mal dann können wir das hier benutzen für diese Puffer Puffer. Und hier können wir es beuten. Okay, also das ist, theoretisch kann man das auch hier für irgendwelche Puffer benutzen. Da entsteht sogar Asset Gas bei. Okay, aber da brauche ich noch... Ach, na Gott, das ist mir da. Ich habe mich noch gar nicht besetzt. Gut, wir sieben das eigentlich hier oben aus mit meinen unterirdischen Rohren. Meinen längeren unterirdischen Rohren. Na, da haben wir doch schon ein paar. Macht man hier ruhig den ganzen Kessel voll. Wenn ich nachher später alle Kupferrore dadurch austausche, dann brauchen wir die natürlich auch noch. Gibt es eine Void-Geschichte für Material? Ich glaube, ja. Gib mir mal nochmal die restlichen. Das ist doch schon gar nicht schlecht. Die 130 davon immerhin schon mal. Das kann sich wirklich langsam auswirken auf positiv. So, wir sind rübergekommen. Ab zur Bleifabrikation. Bleiärzte mit reinigen müssen. Hier habe ich jetzt auch schon bei. 236. Wahrscheinlich so wenig. Und dann würde ich sagen, reicht das für heute erst mal? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe auf jeden Fall welche. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, wieder diese Folge durch aufzunehmen und zu spielen. Ich werde auch erst, also die Folge, wenn sie kommt an dem Tag, werde ich auch erst wieder aufnehmen. Aber ich werde wahrscheinlich die Kommentare nicht, noch nicht gelesen haben, weil ich wahrscheinlich vormittags aufnehmen werde. Zumindest ist das mein grober Plan für den morgigen Tag, dass ich morgen ab vormittag dann schon mal ein bisschen Faktorio spielen kann. Und dann mir den Samstag so verschönern kann mit Faktorio und vielleicht ein bisschen Lumberjack. Und nochmal gucken, was dann noch so alles anstehen kann. So. Das kann ich ja hier mit reinräumen, ne? An der hier hier machen. Also das ist jetzt hier sozusagen die Bremse der Bremsen hier. Aber das soll mich lieber verstören. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.